Wie stufen Sie die Tabellen-Situation ein? Ja, das ist gefährlich, ist ja klar. Alle haben ja so ein bisschen gesagt, wenn der Leperkusen schlagt, weil das war ja klar, dass wir die schlagen, dann ist ja das alles geregelt. Also so hat es sich angedeutet. War aber für mich von vornherein nicht so. Ich wusste, dass es ein schweres Spiel wird. Und jetzt sind es fünf Punkte, ist ja klar. Also ist alles ein bisschen enger geworden. Und da müssen wir höllisch aufpassen, ist ja klar.